Er ist es tatsächlich. Horst Eckert alias Janosch. Ganz entspannt mit seinen Fans auf Sylt. In der Galerie Nottbohm in Kaltum verteilt der 79-jährige Kinderbuchautor fleißig Autogramme. Das ist meine Heimat. Ich war hier schon mal und wollte ein Mädel erobern, ist mir aber nicht gelungen. Die hat mir die Armbanduhr geklaut und ist wieder abgehauen. Sylt hat eine große Bedeutung für den Künstler. Kurz, immer lustig und immer etwas abgedreht sind seine Antworten. Aber deshalb ist er ja so beliebt. Deshalb ist der Ansturm der Fans so groß, wenn er auftaucht. Sein bekanntestes Werk Tigerente ist das beliebteste Stück für die Signatur. Doch wie genau fand Janosch den Weg auf die Insel? So, so, hergefahren worden. Er bleibt ein geheimnisvoller Künstler. Mit einem großen Talent. Doch mit 79 Jahren wird es auch mal Zeit, endlich den Stift fallen zu lassen. Ende aus. Ich setze mich hin und tue nichts mehr.